Kino Buch 2 Tu, was du tun musst. Aber sei dir darüber im Klaren, dass du dich auf eine lange, dunkle Reise begebst. Von Hass getrieben. Ich werde euch alle treten. Von der Polizei gesucht. Unser Mann war im Angräuble. Er war der Fahrer. Von einem Killer gejagt. Er macht sein Ding. Keine Angst. Gar nichts. Rechnet ihr gnadenlos ab? Gott kann dich von mir nicht retten. Dwayne Johnson. Billy Bob Thornton. Die Free-TV-Premiere. Faster. Freitag. 22.45 Uhr SRF 2